Was? Der ist wieder drin? Der Lied der Einbringling? Ich dachte er kommt nicht mehr rein. Na gut, warum überhaupt nicht? Das ist ein cooler Skink, muss ich sagen. Cyclo? Oh. Oh, wie oft will die denn nochmal reinkommen? Warum bin ich wohl raus? Warum bin ich wohl raus? Er ist wohl ein Typ, der ein übelst auf den Mund zugeht. Deswegen bin ich raus. Obwohl auch die ganze Zeit noch rumgeschrieben wird. Ich schreie nicht, aber ich will jetzt nicht nur schreien. Oh. Panda? Sollte irgendwas Spezielles. Was auch Hukong drin ist wieder. Alles drin. Ich hab Kartons da drin. Karton-Klopper braucht auch einen Stil. Mit einem Spitzsack. Softball ist er. Können wir mal schauen. Oh. Okay... Karton-Kreaktion. Vielleicht gibt es ja nochmal eine... Die zu den Stilen passen. Diese Schimmer- und Skelett-Form. Aber im Papier-Karton-Stil... Stil. Bestimmt auch nice. Also nichts neues heute. Nur wiederkehrende Sachen, aber coole Sachen. Uga. Da war auch lange Zeit nicht mehr dran. Ablachen ist zu. Ich meine, da bleibt das Montag drin, aber es gibt wieder FNCS Sachen, die man sich gerade jetzt bei Twitch folgen kann. Dann Land of Doom. Man kann sich gratis holen. Man kann sich auch den Soundtrack davon holen, gratis. Allerdings ist es gerade nur auf PC und PS5 verfügbar. Auf PS4 leider nicht. Weiß nicht warum. Also wenn ihr uns das Spiel PS5 zum Beispiel runterladen oder auf PC und dann, nachdem es natürlich runtergeladen ist, wenn ihr in Fortnite reingeht, kriegt ihr automatisch die Musik davon als Lobby-Hintergrund. So, Naruto ist noch drin. Ich gehe davon aus, dass sie bis Ende der Season drin ist. Oder... Oder solange diese Aufgaben noch drin sind. Diese... Von Naruto, Kakashi, Sasuke und Sakura... Diese Emoticon bekommt. Das Soundtrack. Vielleicht ist da bis... Sind sie bis Dienstag drin. Ghostbusters sind auch wieder drin, natürlich. Ähm... Wie lange? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange die noch drin sind. eins. Ichuepreste sie mit ihr. Wie lange bin ich nicht egal.